Ein großes Thema in der Zahnmedizin ist natürlich auch die Angst vorm Zahnarzt. Viele haben in der Kindheit traumatische Erfahrungen gesammelt, die sie das Leben lang begleiten. Und hier bei Nobis und Gans haben wir spezielle Konzepte, wo wir bewusst dagegen vorgehen. Wir haben beispielsweise einen eigenen Beratungsraum, wo man den Ängsten einfach auf den Grund gehen kann und durch verschiedene Kniffe bewusst versucht, diese Ängste dadurch zu umgehen. Wir haben extra Materialien gewählt, die nicht diesen typischen Zahnarztgeruch erzeugen, wo man direkt wieder in der Situation von damals drinsteckt und die Angst wieder hochkommt. Sollte das alles noch nicht genügen, haben wir immer noch die Möglichkeit, im Dämmerschlaf oder auch in der Vollnarkose die Behandlungsschritte durchzuführen, um ihnen quasi im Schlaf ihr Lächeln und ihr Selbstbewusstsein zurückzugeben.